Wir waren hier im GECON und haben, wie wir der Umgebung hinten sehen, einen dritten Parcours gemacht. Wie wir es vielleicht auch sehen, haben wir natürlich geschwitzt. Es war ein cooles Erlebnis. Wir haben alle gefordert, verschiedene Übungen gemacht. Ich trainiere natürlich selber sehr viel, gerade im Motorsport. Viele denken, Motorsport ist nicht so ein Sport, wo man körperlich fit sein muss. Aber es drückt. Gerade im Formensport trainiere ich sehr viel Kraft, weil natürlich die Kurvergeschwindigkeiten sehr hoch sind. Dementsprechend sehr viele G-Kräfte auf Nacken und Oberkörper wirken. Dementsprechend bin ich schon 10-13 Stunden im Fitnessstudio oder draussen unterwegs. Ich trainiere 4-mal die Woche Krafttraining. 3-mal die Woche versuche ich wirklich zum Austuftraining zu machen, um wirklich weiter Parcours zu gehen, wie Joggen, oder einen Ried am Velo fahren, oder dass wir einfach so auf den Fusstour vorbereitet werden.